Ja gut, dann komm jetzt erst mal mit. Nein, ich hab mich wenigstens gemalt. Wenigstens sterbe ich nicht dabei. Und versuche zurückzufliegen. Ich kann einen fliegen. Ich hab eben gesagt, ich kann einen fliegen. Das ist genauso gut. Ich kann einen fliegen? Ja, passt schon. Ich bin das so gewöhnt, dass ich sterbe, wenn ich ins Feuer gehe. Und jetzt hab ich gedacht, du stirbst jetzt. Was ist das denn für Dummheit? Genau das. Fliege. Fisch. Kopf. Bam. Ja, du lachst. Obwohl nichts ist. Ich bin mysterious. Nur weil ich auf Crack bin, heißt das nicht, dass du auch auf Crack sein darfst. Hallo, ich bin auf NSD. Deswegen leuchte ich so, dein Spaß. Ich leuchte aber auch. Ja, aber... Nicht benachteiligt werden, ne? Ach, den Halder. Den Halder mach ich schon. Keine Angst. Wenn jetzt sterbe ich wieder ganz am Ende. Du bist auch so ein Fisch, ne? Jetzt lass mich hoch. Schaffst du? Schaffst du? Schaffst du? Du schaffst selber nicht. Jaaa, du bist like a boss. Würde ich mal sagen. Und du bist so... Was denn? Achso, scheiße, ich hab jetzt gedacht, du musst wieder komplett ganz in den Weg nehmen. Jaaa, nein. Würde ich mal sagen. Es ist total normal, dass man irgendwie richtig weit fliegen kann. Und wenn man... Mann, was sind wir gut. Nein, nicht das. Gleich sind wir schon durch, gell? Gleich sind wir schon durch. Warte, der Stall muss runter oder hoch? Keine Ahnung. Der muss runter. Dieser Stall muss runter. Nein, nein, noch nicht. Halt, stopp! Selber. Jetzt schub sie dann. Jetzt musst du runter gehen. Ahaha. Du bist... Du bist unnötig. Du bist unnötig. Okay, das ist noch was von vorne. Retripsil on level. Retripsil on level. Ey, das hast du von mir. Halt und runter. Nein! Ha, geil. Das schaff ich nicht. Machst du. Schaffst du. Du, äh, du und so. Nein! Das wolltest du machen müssen. Ich glaub, ich bin besser vom Counter. Also vom Counter her, ne? Nein! Da musst du nur drauf. Und jetzt mal, wenn du mal ein bisschen warten willst. Schhhh, komm. Okay, jetzt gehst du runter. Springen. Ja, jetzt. Springen und dein Leben. Ich spring aber auch um mein Leben. Eigentlich würde ich ja sterben, wenn ich das machen würde. Wäre egal. Komm schon, komm schon. Jaaa! Zeit! Perfekt getimed. Perfekt getimed. Und jetzt wartest du. Wir schieben erstmal das Ding hier richtig zurecht. Ja. Und dann gut. Activate ich das. Warte, ich schieb's nur runter und dann kannst du direkt runter schicken. Ja, mach. Hey. Halt doch. Ich drück doch. Man wartet gespannt. Hopp. Oh. Hopp. Nicht ins Wasser, ne? Nö. Ja, schaff ich. Schaff ich. Nein, 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 nein. Du schaffst es nicht. Du schaffst alles nicht. Oh, jawoll. Shit, ich hab's geschafft. Scheiße. Aber ich muss schon wieder zählen sehen. Naja. Naja. Wieso denn? Dieses Spiel ist sowieso nicht jugendfrei. Also von daher. Ja, nö. Überhaupt nicht. Man wird kondensiert, wenn man ins Wasser springt. Er wartet das hier, ne? Ja. Ja. Juhu. Juhu. Ich dachte schon, ich gehe in die falsche Richtung. Bin ich aber gar nicht. Ja, das ist ein Witz. Oh, wie cool man denkt, wenn man slidet irgendwie. Das ist so cool. Oh, wie cool du bist. Ja. Finde ich auch. Ja, das hat so einen gefederten Absprung. Fühlt sich das so an, gell? Irgendwie so. Ja, gell? Das ist ein Phänomen. Ja. Ja. Okay. Oh, nö. Normales Level. Was ist ein scheiß normales Level? Ganz ehrlich, ich könnte eigentlich nur diese schnellen Level nehmen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oder nur eins? Ja, nee, warte. Ich mache immer so. Du musst in der Matten holen. Ah, verbrannt! Verbrannt. Genau, ist klar. Wieso gibt es eigentlich... Okay, stopp, du musst durchgehen. Nicht möglich. Aber erst will ich... Oh, Mann. Wow. 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 Ich hab fast rumgerutscht. Ah, du bist so unnötig. Ja, erst mal will ich meinen Diamanten holen haben. Du musst den unnötig. Holen haben. Hätten wir jetzt stirbst und manchmal auch nicht. Wow. So sagst du... Wer denn jetzt stirbst und dann stirbst du selbst? Das wär witzig gewesen. Das hätt ich... Das hätt ich dir nicht abgebrochen. Das hätt ich cool. Ich hoffe ich nicht. Spaß. Never ever. Nur jetzt. Okay, jetzt sind wir bei einem normalen Level, also die wir noch nicht gemacht haben. Jetzt geht's ab. Ähm, ja. Fangen wir irgendwo an. Wir können überall hin. Gut. Ich würd sagen hier das da. Wir sind uns alles frei. Oh yeah. Jawoll. Direkt. Oh. 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 Warte. Woohoo. Hast du den epischen Jump-In gesehen? Okay. Juhu. Wusst ich natürlich. Meine Lieblingsbeschäftigung bei diesem Spielen. Ach du, da ist Herr. Ich bin natürlich. Das ist einfach nur irgendeine schwarze Sofa. Ganz sicher nicht zu. Nein, ich komm nicht mehr hoch. Ach doch hier. Praktisch. Ja, das kann mir grad so im Sinn herzusehen. Hä? Nein. Du kommst auch nicht mehr hoch. Ja, wenn hier ne Wand wär, das wär natürlich fies. Ist es doch auch. Eigentlich ist es unlogisch, dass du leuchtest. Ich kann mich nicht erinnern, dass Wasser hier geleuchtet hat. Natürlich heiliges Wasser. Ja. Okay, jetzt mach irgendwo hoch. Ja, auf welchen? Hä, waren wir hier nicht schon? Nein, den hatten wir schon gemacht, aber du hast den da nicht... Den hatten wir schon einmal gemacht, aber... Nee, den hatten wir nicht fertig, ne? Ja. Den hatten wir noch nicht fertig. Okay, was soll ich tun? Ach, ich muss da hoch. Ja. Ja, denke ich auch. Ja. Okay, warte. Warte, nein. Wie? Oh, Mann. Eier! Geh mal kurz... Eier! Eier, wir brauchen Eier! Ha, ha, ha! Gut, du musst da runter, ne? Also hier hoch und dann da runter quasi. Ja, klar. Ich hab's mit zu tun. Ach so, nicht. Jetzt! Warte, das war irgendeine Mietung, glaube ich. Egal. So. Aha, und ich wurde nicht mal zerquächt. Das ganze Zeit dieses Gebläse des Wildes. Gut. Jetzt brauchst du hier nur noch diesen Diamanten. Jetzt brauchst du Fett. Ach, das ist scheißdurchdurchdurch, oder? Nein, den brauchen wir. Außer wir kriegen trotzdem arg. Nein! Ja, wie super! Okay, verkackt. Ich freu mich. Like you. Wusch. Ich mag Wusch. Bam. Okay, ich muss ja da... Nee, du bist fetter als ich. Ey, jetzt... Ja, ein Mädchen wiegen generell mehr. Ja. Das ist so riesen. Okay, so. Ähm... So, und... Was machst du denn? Ich hole mir den Stein! Tust du nicht. Geh da hoch, ja, da hoch und dann da hoch. Ich glaub jetzt muss ich... Ich glaub ich jetzt geht's nicht mehr. Ach nee, warte mal! Da, jetzt schieb's runter. Ja, ich hätte dich auch anders noch weggebringen können, aber egal. Warte mal kurz, ich füge mir grad mal den Stein hier. Ja, das wäre eine Option. Und hoch! Ich warte einfach mit dem Stein, dann kannst du ganz normal runter und du musst nicht oben landen. Guck, dann... Dann kannst du einfach jetzt so... So hier so hoch und du musst nicht mehr so... Schieb Stein runter. Nö. Okay, doch. Ha! Die Vette hat's geschafft! Ha! Ich will ehrlich gesagt mal nicht wissen, wieviel die wiegen. Ich mein, das ist ein Tempel. Ey, du hast verschwunden im Sparrow. Nö. Ähm, okay. Orang. Ah, wir sind gut. Ja, okay. Mach immer einen schwarzen Himmel. Nja... Überhaupt nicht rassistisch. Warte, wer muss wohl lang? Ah, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Ich fliege... Hier ist, hier ist, hier ist... Wasser. Ich war vor dir da. Unglaublich. Ah, hier ist ein blaues Mussel aktivieren, sonst kann ich ja nicht weiter. Nicht möglich. Was ist hier? Aufstieg. Warte, was ist da? Ich find das voll unfair. Ich bin grade sehr... Hier gibt's kein einziges Feuer. Wett nicht. Hier gibt's kein einziges Feuer. Aber dafür alles, was dich umbringt. Ja. Wett und danach kommt ein Level, wo du gestärbt hast. Das ist ausländerfeindlich. Das ist feuerfeindlich. Das ist was anderes. Wenn jetzt sterbe ich, nachdem ich das gesagt hab. Dann hab ich nicht in der Schule aufgepasst, wenn jetzt was anderes ist. Oh, ah. Ja. Warte, genau. Du hast... Harte Challenge hier. Du musst hier hochkommen. Bäh. So oft hast du hier, oder? Was ist das jetzt? Schwarze Masse. Ja. Schwarze Masse. Zweimal. Nein! Ich hab's dir gesagt. Wir sind einfach so episch gut. Wo wir grad beim Thema sind, ne? Ja. Und das ist auch so brutal schnell. Das ist gar nicht zu glauben. Ja, thank you. Ich bin wenigstens schneller als du bist. Ich nehm die Abkürzungen besser. Okay. Ich springe gerundeter. Nein. Doch. Ups. Nur weil du nie irgendwas machen musst in den ganzen Leveln. Ich bin auch nur Spieler 2. Nein, ich bin doch Spieler 1. Ich bin Spieler 1. Ich schätze Steuerkreuz. Du hast nur gar keine WSD-Steuerung. Ähm, das ist eigentlich besser. Weil du viel musst hast. Weil du viel musst hast. Okay, jetzt. Ja. Hier. Nein! Das ist doch unfair. Normales Level ist ja kacka. Warte, was soll ich... Was muss ich machen? Hä? So, jetzt muss ich dich da quasi hoch transportieren. NöööööööööööööööööööööPER Du war der falsche!! Oky... Ich denk mal, der ganz unten ist der richtige. Und.. Bam. Ja. Okay, nur noch von vorne. Würde ich... Hör mal auf damit, halt. Dumm��ich. Auch so sagen. 3 Trypselon. Ein irgendwie. Warte, ich geh erstmal mal wiederrum. Erstmal Mal wieder, ach... Dann ist der allphなた, du musst doch sowieso noch da oben. Warte, 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 gatsch du dir lass... Ähm. Ja. Ich weiß oder so nicht. Noch nicht. Eben ging das doppelt so schnell. Warte, weil ich nicht drauf war. Ich darf noch nicht runter, oder? Oder komm ich wieder hoch? Oder egal? Ja, du kommst wieder hoch. Egal. Du bist so... Du bist unfähig. Du bist unfähig. Ähm, ja. Ja. Was bringt eigentlich der Lila, ne? Ach, da musst du dann drauf. Nein. Doch. Überhaupt nicht. Doch. Ja, schaffst du. Komm schon, ich zähle auf dir. Na ja, was? Genau. Ich glaube, ich muss jetzt das Goldene draufschieben, ne? Äh, das soll golden sein. Das Goldene an den... äh, nein, das Graue. Ja, ja, musst du tun. Tu das. Du musst das tun. Jetzt musst du wieder alles deaktivieren. Ey, nein. Nein. Ey, doch. Ey, nein. Doch. Nein. Ich falle. Nicht möglich. Boah, wenn ich jetzt gestorben wäre. Das wäre eine Arbeit umsonst gewesen. Ja, lustig gewesen. 58 Sekunden des Lebens verschwindet. Eine Minute, wenn ich mitlau. Jetzt hab ich wieder hoch. Was ist das denn? Du musst dieses Teil da draufschieben übrigens. Welches Ding? Nur so BTP. Äh, BTW. Oder Dinge. BTF. Ja. Warte. Was? Wie machst du das? Du hast gestorben dieses Teil da draufschieben. Ist das doch... Nein, ich muss ja gar nicht holen. Ah. Ja. Genau. Boah. Ich bin hier da immer fast. Okay, eine Radlosigkeit. Woher kommt die wohl? Was? Deine ganze Radlosigkeit. Ich sterbe. Ey, du bist doch ein Vollidiot. Du musst wieder zurückgehen. Oh yeah. Weiß ich natürlich. Ja. Und ich komm nicht hoch. Genau. Einfach nur Gott-like. Doch, warum? Okay. Jetzt mach ich alles like a boss. Und du machst das nur Gott-like. Oh verdammt. Ich hab keine Zeit. Was? 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 Was laberst du? Laberschack. Du musst im Grunde nur noch mal hoch. Einfach runter und wieder hoch. Ja. Und dann wieder runter, um hochzukommen. Was? Genau. Nee, warte. Dann muss ich ja, weil ich hochgekommen bin, wieder runter. Nee, warte. Jetzt muss ich ja wieder runter. Ja, mach. Hopp. Oh, wie lange das dauert. Ja, weil's schwer ist. Wie du. Weil du fett bist. Ich reise in Begleitung in den Warten. Wie in RL. Okay. Ja, genau. Und jetzt hab ich wieder hoch. Und wie du schiebst das Teil dahin. Das mach ich doch gern oder sowas. Mach ich nur für dich. Oh. Oder ich stirb einfach. Ich denk mal, das geht auch in Ordnung. Yey. 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 Bäm. 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 Bist du doch? Bist du nicht? Oh nein. Jetzt komm ich an Ideen dran. Oha, wie verdammt. Ey nein. Nein, das lässt du. Das lässt du. Oh, du bist so fähig. Also nochmal. Nein, noch nicht das ganze Level. Doch.